Herzlich Willkommen zur Wettbewerbkarte mit Marsch. Wir starten jetzt auf der Vierfach 1 auf 0. Wie gesagt, auf diesem Bereich muss ich einiges vorbereiten, wegen einigen Fahrzeugen, wegen mitnehmen und so. Ich habe das einfach gemacht mit dem Geld und habe mir alle Felder verkauft und das gibt auch noch den Rest auf dem Konto. Das sind von den Feldern und sonstige Dinge. Alles andere habe ich mir noch Möglichkeiten gekauft. Ich habe einige Fahrzeuge auch getauscht bzw. gewechselt. Ansonsten die gleichen Fahrzeuge oder vielmehr die ähnlich sind. So, wir starten durch. Wir beginnen gleich. Wir müssen ja die Kühe noch versorgen, die Kühe schon gekauft. Das heißt, wir müssen erst mal beginnen mit den Feldern arbeiten. Das heißt, zumindest die ersten. Da wir Frühjahr starten, Frühjahr Tag 1, sind die Felder alle abgeerntet und somit, also Feld 1 und Feld 14 müssen geflügt werden. Feld 15 und 2, 3 können wir gleich mit der Aufsatzbeginn. Und, ja, die anderen, die in Sprechen hatten auch 13 und auch 12 auch. Wir fangen mit 1 und 14 ab. Und dann müssen wir auch gleich mit dem Hof beginnen, weil der Hof ist ja entsprechend, ja, leer. Wie gesagt, er hat keine Gebäude noch gelassen. Das sind die Gebäude, die ich vorher auch hatte. Und keine Halle, nichts, macht aber nichts. Das werden wir uns nach und nach kaufen und entsprechend hochgestalten. Wir beginnen mit dem Flügen auf Feld 1. Ich habe hier noch eine andere Farbe genommen. Ansonsten hatten wir ein Feld auch gehabt. Wir starten mit Cosplay, äh, Feldmodus. Noch speichern, aber keine, keine große, weil das sind aktuell, ja, geht es immer ohne. So, weich passt, vorgewendet 2, Umzeiger sind. Wir müssen verkaufen. Das heißt, wir kaufen immer Feld 1 und Feld 14. Die anderen kaufen, wenn wir den Sprecher anfangen. So, jetzt können wir auch ein Feld generieren. Das hat sich ganz gut aus. Einstellen. Ich hoffe, dass der Kopf hier um die Ecke. Okay. Wir laufen mal gleich mal ganz schnell rüber auf dem nächsten Feld. Nächsten Faktor. Auf Feld Nummer 14. Wir hatten wir vorher blau gehabt. Ich habe mir jetzt 5 Haare Haupatschi. Ja, alle anderen sind auch rot. Bis auf den grünen. Okay. Das gleiche machen wir hier auch. Hier beim Aufflügen. 2, 16, passt, passt, weich. Ich nehme den Bereich, weil da fahren die Fahrzeuge halt etwas besser um die Ecke. Und bleiben die stecken. Wie der Footage bin. Wie der Footage bin. Ich glaube, die erste war schon Probleme in der Kurve. Ich habe jetzt eine Folge, wo wir erst schon in der Klasse sind. Da wird mir jetzt noch mal gezeigt. Die Zeit. Also in der überziehendsten Dämpferde. Eigentlich nicht. Nicht möglich. Aber ich glaube, die Zeit gemessen sollte. Ja, was sagt's was? Der Baum muss weg, ne? Ja, was sagt's was? Gut. Jetzt können wir mal rein. Ja. 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 Ja, das haben wir jetzt mal nicht. Ja. 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 Ja, das wollen wir nicht machen, wir hätten auch gleich kompletter, äh, sicherste Pressure oder Alkw. Gut, jetzt haben wir, jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir äh, wirkliche Dinge bauen. Und zwar brauchen wir ja, brauchen wir ja gewisse Vasen, ja, ja. Wo wir uns auch gut aufführen können an unseren Dünger. Ich denke mal, das macht sich hier ganz gut, an der Reihe hier. Die Baustelle, so. Na, hier sind die Leute frei. Diverses. Einfache Kaufstation für, für... Kalk. Der Kauf... Kalk? Nee, Kalk. Ne. Wir bauen immer Dünger und... Dünger. Und... Sehr gut. Die ist da vorne, ne? Ja, so muss das sein. Nicht da keine Kreuzung. Dann werden wir gleich noch einen zweiten Kalken für... Dünger. Ein bisschen Abstand halten. So, jetzt haben wir beide nochmal. Später kommt die anderen noch hinzu. Entschuldigung. Dann finden wir weiter Geldet. Wir machen den ersten. Auf. Dann können wir auf Feld 2 gehen. Und auf Feld 3 länger. Mit den anderen Feldern. Mit der anderen Felder. Mit der Schlaugefahr. Das heißt... Feld 2 verkaufen. Feld 3. Ich hab die BGH und die BGH Nord und die vorher gekauft. Weil das war ja der Preis jetzt höher. Als aktuell. Daher ist mir vorher gekauft. Und daher ist keine News hin mit mir. Hat sich dann breit angepasst. Also vorher gekauft und dann vorher. Und wir hatten es ja vorher gehabt. So. Und die BGH, wo ich die verkaufen konnte. Weil wenn ich war, habe ich auch die vorher gekauft. Um noch nicht so mehr in den Acker zu kaufen. So. Drei. Vier waren in unser Feld. Und die Post war auch verkaufen. So. Wir hatten 16. Wir hatten 18 gehabt. 18, 18. Wartenziger. Wartenziger. 2. 1. 3. 1. 2. 1. 3. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. Einmal 1, 2, 3, 4, die Maschine mit nach. Efter aufgeschnügt, aber zur Woca, wenn wir noch eine andere Stimme nachschauen, gibt es ja noch. Wieder mit Weizen beginn. Heizen. Später Hafer. Geben es einfach nach. Aufgeschnügt. Noch ein bisschen mehr. Ja. Ja, das ist auch schon. Wir können auch fast beginnen. Dann legen wir nochmal einsteigen und halte die ersten Aufnahme. Jetzt ist es gut zu sehen. Ich werde zum nächsten Verhältnis probieren. Aber es klappt nicht so toll. Dauerts mal. Schau raus. Dann gehen wir gleich in vorne. In die Ecke. Und jetzt um die Ecke. In die Ecke. Die Ecke. Ja. Okay. Jetzt kommt es rein, also. Ich verwende die Seasons. zur Erweiterung der Genemarktkarte und weil das Mühre zur Zeit die optimalste in der Diode typischen Temperaturen darstellen könnte. Bei Deutschland kann ich gerade nichts anfangen. Das ist ja ein riesiges Spektrum, was die da abdecken würden, das ist ja auch gut. Also kann man mit Bayern oder mit Vor- und Oppingen. Das sind Genemarktkarte, das kann nicht klein und flach, das passt aber für Nord-Friesland ganz gut. Soll der Treiber schieben? Er hat ein Bein. Das passt. Kommt mir gleich. Gehen wir zu Fall 12. Fall 2. Kühe noch dazu. Kühe noch dazu. Kühe noch dazu. Kühe haben keine Kalkkarte. Ich fange jetzt hier vorne mit den Fällern an. Ich bin schon mal auf der Hauptzeugen gewendet. Wir sind gleich in den großen Garten nicht durch. Ich verwende neue Bereifung, die normalerweise auch ein kleineres Nütz ist, wenn die Schufe ausüben ist. Die Schufe ausüben, die Schufe ausüben, die Schufe ausüben sind. 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 Das ist hier vor der Aufzieher schon ein paar Jahre Gut, dann machen wir einen schönen Preis. hier haben wir ein bisschen Das ist so schön, fast da. Da sind wir. Drei. Die Feder war schon mal so groß. Das ist so klein aus. Und jetzt alles zu sehen. Halt doch mal vor. Das läuft. Jetzt werden wir jetzt kühlen. Wir müssen jetzt für die Führschau, dass wir jetzt... ...und jetzt werden wir zu sehen. Das war ein Fankfrau. So, gut. So, liebe Freunde, dass es uns für die heutige Folge gewesen ist, ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut, wenn ihr euch noch nicht reinkriegt habt. Bis morgen. Tschaui. Tschüss.